Ja Leute, wir machen heute einen Chili-Sarenz mit dem Kumpel Josef. Er gibt an, dass er alles runterkriegt. Man ist in der Gewün. Also Regen sind los. Jeder nimmt den gelben und den grünen halb-halb und den roten. Das wäre richtig heftig. Nicht nachmachen. Und wenn Leute nicht nachmachen, ist das so heftig. Und wenn es schon ist, gibt es einen Aldi für eine Euro. Ja, wenn irgendwo bei euch ein Aldi ist, geht rein für einen Euro. Ja. Oder Mediamarkt. Pause. Warte, ich... 1, 2, 3, go. Mit bestraftem Jungs, der verliert, er zieht den Ball voll auf dem Rücken. Nackig. Nee, Mann. Nicht nackig. Und der dann... Also hier, wie ihr seht, Sieht ihr? Eine Wasserflasche. Mineral. Ja, okay. In Kaufland. Okay, okay. 99 Cent. Aus dem Kaufland 99 Cent. Also, also, egal. Das will keiner wissen. Also, Leute. Jetzt beginnt's. Ja, Leute. Ich hab noch nie... Oh, die halbe, Emilie. Oh, die hell ist es klar. Also, auf 3, 3, 2, 1, go. Ich schaff. Der eine guckt schon zu. Und, Leute, ich schaff. Der guckt schon. Würdest du schaff? Der guckt zu. Er guckt. Er guckt. Er guckt, er guckt. Ist echt scharf? Geh, ich höre dir die Haut. Okay, nicht. Der round 1, 2, 1, go. 1, 0 für Josef. Der round 1, 0, go. Der round 1, 0, go. Der round 1, 0, go. Aber, ey, Leute. Das war nicht alles. Ja. Ja? Stell dir rot vor, Digga. Stell dir rot vor. Stell dir rot vor. Und, ey, da fixt. Oh. Hier ist der zweite Kandidat. Okay, Leute. Ich weiß nicht, was der hat. Ey, Digga. Mann, den guckt doch. Er trinkt gerade. Und dieser Junge, der, der zappelt gerade. Der ist ein Thema. Mann, wann war die Kandidat? Und, und jetzt, sie streiten sich um Wasser. Wer will das? Wer will weiter gucken? Es geht weiter, Leute. Der schluckt, der schluckt noch Wasser. Gib mir auf. Pause. Pause. Das heißt, Wasser hat gar nicht. Ähm, hallo, ich bin Cash Freak. Cash Freak ist... ... im Berg, wo ich da verschiebt. Nein, ich hab... Ja. Hier ist mein Bruder, der Julien, mein Eintrachtstück. Cash ist... Und hier sind die Leute, Cash. Und hier sind die... Das krieg ich nicht mehr runter. ... im Berg, wo ich da verschiebt. Das ganz geht. Julia macht doch mal durch. Ein Interview. Oh, Triniala. Also Leute, auf drei geht's weiter. Warte, doch nicht, doch nicht. Ich muss nicht erst mal... Ich hab einen Durang. Ja, die suchen Chili. Ich schwör. Der eine steht da oben. Geht's weiter? Drei. Oh, warte. Warte, 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 Leute. Oh mein Gott. Komm noch zehn Sekunden, ich bin verdächtig. Zehn. Ey Leute, Leute, ich krieg das nicht mehr... Ey Leute, ich krieg das nicht mehr runter. Ey Leute, macht das lieber nicht mal... Ey, macht das nicht nachher da. Also auf zehn. Zehn. Ihr schluckt es echt nicht runter. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein. Go. Zweite Runde läuft. Ich kann's nicht runter. Tu's für eure Fans. Beiß einmal rein und gleich runter. Ich kann's nicht runter. Du musst. Unter, unter, unter. Du straf'n, dann steht's eins ein. Dann tut alles rot. Er gewinnt, wenn du nicht einmal reinbeißt. Ja. Oh. Oh fuck. Er hat gewonnen. Eins, zwei, eins. Ich kann's nicht runter. Oh mein Gott. Das ist scheinbar. Ey, lass dich ihm mal hergefallen. Ich kann's nicht runtergehen. Schau ihn mal an. Sie, gib ihn mal her. Ja, ja, ähm. Dieser, dieser Junge dahinter, der, der hat verloren, warte. 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 Und jetzt, da, 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 da. Rot. Wenn ihr diesen Beat nicht kennt, ist Beethoven nachschlagen können. Jetzt springt für mich zu dir ein. Nö. Ähm. Dann ab 11 springt ein. Nein. Ihr beide, ihr beide. Ihr gebt auf. Da auch. Bestrafung. Wie kann man so bestrafen? Er geht auf. Jeder darf schießen, oder? Ähm, ähm, am nächsten Freitag gibt's ne neue Parodie von Josef, Abel, Julien, Gerd. Ne neue Parodie. Parodie ist, wenn man singt, du meinst ne neue Challenge. Und, und wir singen. Ja. Der Verlierer singt, Leute. So, Leute. Die Bestrafung dürft ihr aber noch sehen. Die Bestrafung kommt jetzt. Drückt mal, drückt mal Stopp. Die. Ja. Chwububi. 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 Die roten Chili. Ne halbe. Jetzt komm ich. Ja. Okay, dann ist der. Ist das halb rot? Nein, das ist grün. Nee, das ist grün. Okay, es ist grün. Ja. Ja, ja. Es ist grün. Applaus. Ihr zwei macht weiter mit mir. Mach mal du. Los, aber los. Die beiden machen dann. Ich beiß jetzt ab, Jungs. Ey. Wenn ich sterbe, ne. Ich krieg gar nicht Fusern. Sagt Josefs Mutter. Sie soll mir Apfeltasche ins Grab nehmen. Also. Halleluja. Halleluja. Los, los. Und jetzt bei sich ab. Eins, zwei, drei. Alles in der Mund. Jedmal, Fogger. Erstmal. Gib mal. Gib mal hoch. Ich will auch. Leute. Boah. Boah. Ich mach das nur einmal in mein Leben, Alter. Nur für euch. Alles, alles. Digger. Halt. Er will. Der will. Halt. Der will. Willst du noch? Willst du noch? Oh, alle wir in meinem Leben. Jetzt. Mein Sieg ist Tansch. Mein Sieg ist Tansch. Ja, Tobi. Und jetzt. Julien. Du kriegst Bestrafung. Warte. Doch. Okay. Jetzt gibt's auch noch Bestrafung für diesen Jünger. Ey, jetzt. Mein Sieg ist Tansch. Warte. Warte, jetzt filmst du noch? Tobi. 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 Behindert. Und jetzt, ja. Meister nimmt die Rote. Wer nimmt die Rote? Wer nimmt die Rote? Nö. Wer nimmt die Meister? Tobi. Tobi. Abel, du nimmst die Rote. Scheiße. Oh Gott. Halb. Nee, Mann. Nee, du hast aufgeregt. Hallo. Ey, Julien. Kriegst du noch die Rote? Abel, ein halbes. Nein. Komm schon. Hab noch ein bisschen. Komm schon. Hab noch ein bisschen. Wenn du schon einen grünen ohne Schmerz hattest. Da. Abel, guck wenigstens halbes. Du ein bisschen? Juni, ein halbes. Du ein bisschen. Da. Du ein bisschen. Nein, ich. Nein, Mann. Okay, ich nimm ne kleine. Ich kenn das. Nein, Mann. Digga. Nein, Mann. Ich kenn das schon. Nein. Ja, Julien macht auch Rote. Mach nicht. Doch? Okay, los, Abel. Digga, du hast die Challenge verloren. Du musst eigentlich. Digga. Die krieg ich. Aber wenn du schon gefressen hast. Du nimmst auch eine. Du weißt, die kleine. Und da hab ich noch ein Stück. Ja. Leute, schaut mal. Schaut mal. Okay, dann nimmt er die. Bin ich, Abel. Mach da da was. Du musst auch ein Stück. Nee, ich bin schon draußen. Hab verloren. Okay, Leute. Die sind richtig scharf. Schärfte Chili. Schärfte Chili Deutschlands. Nee, Peperoni. Los, Abel. Wir gehen. Warte, warte. Halt die Kamera. Halt die Kamera. Achso. Esst du auch? Ja. Okay, Juli. Okay. Wer ist dran? Wenn ich sterbe, sagt Josefs Mutter, sie soll mir einen blasen. Ein Spaß. Los geht's Leute. Okay. Wenn ich auch. Abel kommt. Zack, meine Mutter ist das Toll. Komm ich schon rein? Ey, Leute. Meine Mutter soll mir ein Angebot kaufen. Ja, okay. Du, Abel. Hat der genommen? Ey, lass dir einfach genommen. Hat der genommen? Jetzt sterben. Digga, ich fick seine Mutter. Ah. Ah. Josi, du willst mich nicht schwimmen. Ah. 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 Ah, meine Mutter. Leute. Was ist mit denen los? Ich hab's nicht runter. Ah. 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 Der ist nicht mal reingebissen, Gerd noch. Und der trinkt schon. Und der liegt am Boden. Und ich bin noch am Essen. Da kann der Meister gleich noch ein ganzes F fressen. Der da ist da oben. Der ist tot. Kann ich weiter? Und da ist die letzte. Jetzt krieg ich das kleine. Und jetzt kommt er wieder. Ich bin raus. Warte, ich muss doch mal nicht essen. Weil jetzt verliert er, kriegt er Bestrafung. Ich mach nicht weiter. Du musst doch auch damit. Ich bin schon längst draußen. Du hast auf mich aufgegeben. Und jetzt gibst du extra auf? Ja, dann bekommst du auch Bestrafung. Ja, aber Jos, du kriegst auch Bestrafung. Und Julien A. Ja, ihr drei eigentlich. Weil ich hab ja nicht geheult um ihr. Kein, du hörst mir nicht mal richtig. Du hast das Minis. Ich glaub das ganz Größte. Na ja. Ja, film doch. Machst du schon, du filmst. Ich hab schon. Sorry. Ja. Ja. So Leute, komm ich zur Bestrafung. Abel, Bestrafung. Ihr beide kriegt ja Bestrafung. Nein, eigentlich ist der Josef. Nee, der Julien war in der Pusse. Nein, ich wollte ja eigentlich. Ich geh nicht mehr weg. Warte nicht zu jetzt. Warte nicht zu jetzt. Ey Leute. Ey Leute, ich bin ein Mann, Alter. Jetzt frisch ich das Stück. Mach. Ciao, ey. Ey, ich bin wieder geert. Nur bisschen erst. Digga, digga. Es geht mir immer noch gut. Es geht mir immer noch gut. Hau bis rein, man. Das rote scheiß Stück, ey. Leute, ich bin auf der Straße hingefallen. Ey Leute, jetzt guck mir einmal zu. Julien, hör auf. Ey Julien, es geht mir immer noch gut. Ich schluck das jetzt, man. Aber mein Knie. Ey, das schluck ich, Leute. Also das ist der scheiß Schlucke. Oh no. Oh no. Hüb. Fock. Ab. Hüb. Fock. Oh mein Gott. Gib nicht auf. Oh mein Gott. Hab gewonnen. Los, ey. Ey, warte, helf mir auf. Geil, hab gewonnen. Okay. Bye, bye. Ciao. Bye.